Heute blicken wir einmal auf die Expansion in Shanghai. Hier geht es um die Megapack-Produktion und noch weitere Details. Außerdem haben wir neue Bilder zur Megapack-Produktion in Lathrop, Kalifornien und ich habe noch so einige andere spannende Nachrichten für dich vorbereitet. Starten wir also gleich mal rein, wenn du neu dabei bist. Lass gerne ein Abo da und du siehst hier schon zwei blaue Felder. Einmal in der Mitte unter der Fabrik, denn oben in der Mitte ist die Fabrik von Tesla derzeit, wo das Model 3 und Model Y hergestellt wird. Und unten im südlichen Bereich, da siehst du ein großes Feld. Das Blaue ist das, was Tesla jetzt noch hat. Es war ja auch ursprünglich mal bekannt, dass hier Tesla die Expansion auf dem gesamten Feld, welches jetzt rechts ja auch noch orange ist, weiter fortführen wird. Das kann in Zukunft immer noch passieren und auf der rechten Seite, wo der blaue Bereich ist, ist jetzt nochmal ein Bereich hinzugekommen. Wir wissen ja aus der Fabrik in Austin, Texas, dass man auch keine Hindernisse hat, wenn es um eine Autobahn geht. So könnte man auch hier die Fabrik im Norden und dann das Feld im Süden verbinden. Auch wenn ein Fluss da ist, würde man sicherlich technische Mittel finden, um hier die Fabriken zu vereinen. Und das könnte natürlich auch zukünftig für einen Kleinwagen, wir werden im August ja mehr wissen hoffentlich, auch eine mögliche Fläche sein, wo man dann nochmal eine eigene Produktionslinie aufbaut oder entsprechend für weitere Modellvarianten die Kapazität erhöht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir wissen aber auch, dass in diesem Moment vor allem das Energiegeschäft und hier geht es ja einmal auch um die Megapacks der Hauptfokus sind, denn da kommt immer mehr Profit her. Der Anteil, aber auch das Wachstum dieser Sparte ist wirklich enorm und wir können hier sicherlich erwarten, dass Tesla in den nächsten Jahren einen immer höheren Anteil an seinem Umsatz mit dem Energiegeschäft macht. Dann wird auf jeden Fall das passieren, sobald die Fabrik hier in Shanghai auch hochgefahren ist, denn dann gibt es nicht mehr nur noch eine Megapack-Fabrik. Ich gehe sogar davon aus, dass man vielleicht irgendwann mal eine Fabrik hier noch in Deutschland bauen wird. Nach den Vorkommnissen der letzten Tage könnte man bezweifeln, dass Tesla sowas jemals machen wird. Vielleicht wird man eine Megapack-Produktion und darum geht es ja hier, dieses Produkt auch in einem anderen Land in Europa bauen. Hier hast du mal einen schönen Blick in einen Megapack hinein. Wie sieht das eigentlich aus? Das sind neue Bilder, die geteilt worden sind. Du siehst, die ganzen Batterien sind ja so gestaffelt entsprechend hineingebaut. Dann gibt es einmal das Grundgerüst. Das ist wie ein Schrank im Prinzip und dann macht man nur noch die Türen vorne dran. Wenn es also irgendwo mal ein Problem gibt, kann man das ja immer noch austauschen. Hier siehst du es nochmal von der Seite, die Produktionslinie bis hinten durch. Da siehst du einmal die ganzen Bereiche, wo die Batterien noch nicht drin sind. Also hier haben wir einfach nur das Gehäuse. Und das wird dann genauso wie das Supercharger immer mehr automatisiert. Natürlich sind es jetzt noch keine Roboter, die hier die Batterien reinschieben. Aber das ganze Thema Produktionslinie, die Effizienz, die Kostenreduzierungen mit dem Hochfahren der Produktion, die werden immer deutlicher. Und wir wissen, dass rein von der Marge her man mit dem Energiegeschäft und in diesem Falle mit diesen Speichern sogar schon mehr Geld verdient als mit dem Autogeschäft. Außerdem gab es Neuigkeiten zum Thema Werbung. Und zwar geht es hier vor allem um die Werbung, die derzeit Tesla schaltet. Und zwar geht es um die Shareholder. Wenn du also die Möglichkeit hast, abzustimmen, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Also wenn du Aktien besitzt, hast du ja das Recht, auch mit abzustimmen. Und hier macht Tesla auch für Werbung, also auch nur nochmal klarzumachen, hey, protect your rights. Da steckt natürlich auch ein bisschen Interesse von Elon Musk dahinter. Denn es geht natürlich auch um die Klage gegen sein Paket, welches er damals bekommen hat. Und das soll jetzt auch nochmal bestätigt werden, dass das richtig war, dass er dieses ganze Paket an Aktien erhalten hat. Da gab es ja eine richterliche Entscheidung bzw. einen Versuch, das Ganze umzuwerfen. Und das hat ja für sehr viel Aufruhr gesorgt. Also hier steht es auch nochmal, dear fellow stockholders. Also es geht einmal um ein For Proposal 3, reincorporating Tesla in the state of Texas. Und Vote for Proposal 4, ratification of the 2018 CEO Performance Award. Das ist eben halt das, worüber ich gerade gesprochen habe. Das sollte jetzt noch einmal bestätigt werden. Also wenn du mit der Arbeit von Elon Musk zufrieden bist und deine Aktien hältst und das schon über die letzten Jahre erfolgreich getan hast und hinter dem Unternehmen stehst und der Meinung bist, dass es nicht richtig ist, dieses ganze Incentive-Paket von Elon Musk anzufechten, dann solltest du auf jeden Fall hier abstimmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Denn das könnte natürlich erstmal für mehr Aufruhr, also Unruhe innerhalb des Unternehmens führen, wenn man das jetzt nicht positiv tätigt und nicht positiv abstimmt. Aber am Ende ist es natürlich auch deine Entscheidung, wie du dazu stehst. Dann haben wir einmal noch Kritik von der Industrie- und Handelskammer. Die IHK sagt, die Proteste gegen den US-Autohersteller sind eine Gefahr für den wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Ja, ach nee. Aber es ist auch nochmal schön zu hören, dass die IHK sich auch zu dem ganzen Thema äußert, denn es ist einfach ein Schaden, der hier mitgetragen wird durch diese ganzen Demonstrationen. Und ich möchte hier auch nochmal klarstellen, diese Demonstrationen, das ist ein Angriff gewesen. Also eine Demonstration als Begriff ist noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Aber ihr könnt euch alle euren Teil und eure Begriffe für das, was da passiert ist, ja selber ausdenken. Ich finde, das ist so nicht richtig gewesen und soll auch entsprechend bestraft werden, weil sonst wo kommen wir da hin? Wenn das jetzt bei jedem Autounternehmen oder jedem anderen Unternehmen irgendwann auch so passiert. Dann schauen wir nochmal nach China. Ich hatte ja oft auch die Verkäufe des Model 3 kritisiert. Jetzt muss man fairerweise sagen, so ganz langsam gehen sie in die richtige Richtung. Wir sehen noch im letzten Jahr Juli, August, da gab es ja diese Pause. Dann im Oktober ging es langsam los. Und jetzt sind wir endlich auch nach einem sehr schwachen Februar im März und April in eine Region gekommen, die wieder da ist, wo man in 2021 und 2022 war. Du siehst einmal in Gelb die China-Verkäufe und dann einmal in Grün den Export. Das sind jetzt keine 100.000 Fahrzeuge, aber man ist auf dem Niveau wieder angekommen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Das Niveau des Model Y in Amerika wird wahrscheinlich weiter ansteigen, denn hier gibt es Screenshots von Sarah Merritt in der Inbox. Und da gibt es immer mehr Leute, die jetzt wirklich abfeiern, dass es auch hier die Aktion mit den 1%-Sollzinssatz gibt. Wir haben das schon länger gehabt. Die Zinssätze in Amerika sind tendenziell noch höher gewesen in der Vergangenheit. Auch als wir jetzt hier zum Beispiel 6% hatten, hatten die sogar noch 7%. Also sie hatten immer mehr. Und da geht es jetzt wohl richtig rund. Die Leute können es gar nicht glauben, dass sie ein Auto für solch einen Preis bekommen können. Wir haben jetzt die 0%-Zinsaktion schon gehabt. Wir sind ein bisschen abgehärtet. Das Thema ist vielleicht so ein bisschen durch. Aber bei den Amerikanern sorgt es jetzt richtig für Begeisterung. Dann haben wir noch einmal die Verkäufe in Europa. Es ist ja so, dass wir jetzt dann den Monat Mai haben. Wir gehen jetzt ja in das zweite Quartal rein. Wir sind schon in der Mitte des zweiten Quartals eigentlich genau angekommen. Hier sehen wir noch mal die Verkäufe über die Monate und auch die Wellen immer wieder. Es wird spannend sein, wo der Trend in diesem Jahr noch hingeht.